Game Keys Game Cards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreis Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem ARKT Multi Gaming Kette zu einer weiteren Folge FIFA 15 Let's Play Jo, wir setzen unsere Karriere in Rotterham fort Das heißt, wir sind nach wie vor noch ausgeliehen Und da heiße ich euch mal herzlich willkommen dazu zu unserem nächsten Spieltag So, da sind wir wieder im Stadion Wir freuen uns auf das Spiel Begrüßen Sie ganz herzlich Wir spielen heute gegen Norwich City Heute heißt es Rutherham United gegen Norwich City Jetzt greift er ihn an Das sieht aus wie Training Perfekt Ah, da entwickelt sich möglicherweise was Ah, schade, schöne Chance Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber Ah, wollen wir mal schauen Dass wir hier die drei Heimpunkte mitnehmen Also ich werde euch größtenteils auch nur die Heimspiele präsentieren Weil ihr wisst, wir sind ausgeliehen Ist die erste Saison nach wie vor Wir müssen ein bisschen Stärke sammeln Damit wir zu Manchester zurück können Die verstehen sich blendend Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten Und dann hält er den Ball auch noch fest Und Achtung, genau hingeschaut Das ist die erste Saison nach wie vor So, jetzt bin ich mal gespannt Ah, das war klar Ach Ja, das könnte der Knackpunkt in dieser Partie gewesen sein Na, niemals rote Karte Niemals nie Wenn der da so reingeht Dann ist es ja wohl klar Dass er zurückgepfiffen wird Der Schiedsrichter werte dieses Einsteigen Diese Grätsche richtig Okay So, da sind wir bloß noch zu 10 Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger werden Achtung, lässt Kommt Pfosten zurück ins Feld So, das heißt Wir müssen uns ein bisschen anstrengen Das heißt anstrengen müssen wir uns immer Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen Ah, sagt der Schiedsrichter Vorteil, sagt er Macht er gut Macht er gut Ach, der war schlecht gespielt Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen warm spielen Ach, du Schande FA Cup gegen Arsenal Naja, auch schön Ich glaube, da werden wir nicht mitspielen Ansonsten Ja, würde ich euch die Begegnung zeigen, sage ich mal So Ja, da sind wir erst mal Zum anderen Wie wird die dezimierte Mannschaft jetzt taktisch agieren in der zweiten Hälfte? Zumal der Spieler ist schon her, wo wir lust, weil der schießt auch schön mal Tor Die Assistenten sind da, es kann losgehen Der Schiedsrichter pfeift an Der zweite Durchgang läuft Nein, er fällt jetzt nicht hin Er bleibt auf den Beinen Die Gäste wollen wechseln Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein Ja, und die Flanke abgefangen Und die Unterstützung gibt's auf der rechten Seite Ah, schade, schade, schade Ach, nach wie vor sind wir hier noch im Unterteil Aber wir wollen ja nicht Amon Wir wollen ja den Sieg Obwohl, die stehen da hinten gut in der Abwehr, also Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an Na, schon wieder Vorteile angezeigt Die sind ja Etwas zimperlich jetzt im Moment Eigentlich ein gut vorgetragener Spielzug Aber dann auch gleich der Ball verlust Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Ach, schade Falsche Richtung, gerutscht Ja, entscheidet auf Einwurf Es wird gewechselt Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0 zu 3 verlieren Ja, und bei der Ballbesitz-Statistik erkennen wir Kein Vorteil für irgendeine Mannschaft So, jetzt brandt aber hier hinten ein bisschen die Luft Nachdem war diese Flanke wirklich nicht gespürt Nachdem war diese Flanke wirklich nicht gespürt Ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir die letzten Minuten überleben hier Ohne Gegendor Weil, ja Ein Sieg ist wohl nicht mehr drin, so wie es aussieht Und jetzt wechseln Sie Und Achtung, der könnte passen Per Kopfball So, erstmal raus Das Ding da hinten Jetzt sollen Sie sich alle nach vorn orientieren Zeigt der Torwart an Bei diesem Spielstand absolut verständlich Ja, mehr war da wohl nicht dran Ich hoffe und ich bin fast sicher Es hat Ihnen genauso Spaß gemacht Wie mir, sich dieses Spiel anzugucken Mein Name ist Manni Bräugmann Ich sage Ihnen Tschüss Auf Wiedersehen Bis die Tage Ja, dann hoffe ich mal Euch hat es auch Spaß gemacht Und dann, ja Ich hoffe mal Ihr seid bei der nächsten Folge von FIFA Let's Play dabei Wenn ich euch das nächste Spiel präsentiere Wir können ja gleich mal schauen Ob er uns im Pokal spielen lässt Und dann würden wir Quasi Gegen Arsenal spielen Ja, und er lässt uns spielen Dann wünsche ich euch viel Spaß In der nächsten Folge Dann präsentiere ich euch dieses Pokalspiel hier Gegen Arsenal London Das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen Aber, ja Ich verspreche euch Wir werden kämpfen Ja, ich bedanke mich bei euch Wenn es euch gefallen hat Hinterlasst uns ein Like Abonniert unseren Channel Es wird noch viele weitere Folgen geben Von mir Ja, dann sage ich euch mal Tschüss Und schönen Tag noch Ja, dann sage ich euch mal